Oh mein Gott, es gibt wieder GTA 4, was da los? Ähm, ja. Multiplayer, wir sind zu zweit. Mit mir dabei ist der... Mit mir dabei ist der... Nils, und mit... Also ich bin's, der Slashy. Eventuell war dein Name sagen, das kommt immer gut, wenn man sich vorstellt. Nicht mein Name, weil das kommt komisch, wenn man sich vorstellt. Okay, jetzt, ähm, Mies-Polizei-Verfolgungsjagd, sagst du? Mit Messer. Ich fliege irgendwie, ich fliege. Oh, du fliegst. Ähm. Ich fliege gerade weg. Nein, bleib hier. Ich sterbe. Aha. Lebst du, lebst noch. Ja, warte, warte, ich komme wieder zurück, geh flogen. Warum fliegst du? Ich fliege über dich drüber. Ich will auch fliegen. Hast du, ähm, Dings ausgemacht? Also, wie heißt es, äh, Gravita... Gravitation. Nein, ich hab, äh, Trainer, da gibt's so. Go through doors. Ja, natürlich, ich krieg hier die Sterne. Warum krieg ich einen Stern? Ich hab nichts gemacht. Naja, okay, bis hier. Du hast mich erschossen. Nicht erschossen, ich bin angeschossen, wenn ich bitten darf. Tschüss. Bleib hier, du Wichs, ha. Oh Gott, ich glaub ich sterbe. Haha, du bist tot. Ähm. Du willst dich drauf anlegen, du? Ich hänge am Zaun. Man darf am Zaun hängen, du nicht erschießen. Haha, du bist tot. Wo bist du? Du fliegst? Ich setz mich jetzt hin. Ich setz mich jetzt hin. Ich bin unzufrieden. Ja, das ist jetzt Streik oder, äh, was heißt das? Ich habe ja noch keinen Trainer, übrigens. Fick dich auch. Ich lebe noch. Ah. Ach ja, ich hatte auch eine Rüstung. Ist das, was ich kann. Ich kann nicht erschießen. Will doch nur auf diese Drecks wprennen. Hey, w-w-w-w-w-w-w-w-w. Warum lebst du noch? Ja, schießt doch. W-w-w, w-w-w-w-w-w-w-w. nein du Arsch hab ich wirklich nicht oh ich hab noch Leben dürfte ich eigentlich nicht an guck mal ok das hab ich nicht haha scheiße ne Pro und jetzt no reload unlimited alle Moment oh da hab ich ihn geheadert aus nächster Nähe oh da hab ich ihn geheadert fliegst du ach ne das ist höhöhöhöhöh unlimited unlimited gut dass ich deine deine Waffe erstmal aufnehmen kann ja ok jetzt lass mal ein bisschen zusammenwirken ok aber immer gegen polizei einmal darf ich ihn überschießen ich hab ne shot gun du bist so du hast du mich umgebracht ich bin voll gemein ja ok jetzt hier to get up work ja nur gegen bull so klar uns erstmal ein polizeiauto würde ich sagen ach ja weil es gibt es ja auch nicht dieses coole in autos reinspringen wie in saints pro jetzt hätte so viel besser ja man muss schon sagen die grafik von gta 4 ist besser als die von saints pro 4 naja aber es passt die grafik einfach abc defg hj keine mann op meine mastiker kommst du dich hinterher ich habe massiker wenn man mehr leute werden könnte man verfolgen wir gehen also wir verfolgen ein besser also muss sein zerstören also leute wer bock hat auf gta spielt genau ja das ist eine gute idee tatsächlich du bist war also ich machen ja ihr müsst mich noch mal anschreiben wegen mein kraft display ich hab da wieder zu gemacht immerhin im meintritt als play sein können aber niemand will ja mein kraft das ist was ich alle nicht gekauft haben sind für alle schlecht ne also ja geht ja wer es hat zockt mit wir spielen eigentlich nur ganz normal das geht ja nix dlc mäßig ich hab ja auch gar keine idee jetzt ist war zu faul mir noch welche dazu zu kaufen was machst du nils dann teamspeak wieder weg sorry ich war kurz voll unprofessionell ich dachte dann teamspeak wieder weg ne was nicht ich war einfach ich war einfach unprofessionell sorry ins wasser ich hab mir jetzt eine lust gespawnt aber den wollte ich gar nicht sterbe ok nimmer tietet jemand entfernt aus und dann lasst ein bisschen über die welt fliegen warte ich steig kurz ein und dann ein bisschen k speed up machen viel geiler jetzt bleibt stehen ja ich wollte ja nur pro cat und jetzt fliegen wir aber ich habe ich habe gerade car speed up slow drin da brauche ich kein trainer drin du hast was drin aber hier ist doch die riesen schanz irgendwo genau da fliegen und dann lass mal ein bisschen fliegen also richtig fliegen also auf motorrad kann man nicht aber da kann man steuern wenigstens egal kann man wohl kann man wohl kann man wohl kann man wohl oh mein gott oh mein gott oh mein gott das ist immer alter ja äh like a buggy hier fliege nein ich auch nicht gehen Richtung bohren du jay 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 Warte ich will mal was ausprobieren Ob das geht Okay das geht nicht Siehst du wie wir nicht fliegen mit dem Auto Wir haben schon längst geflogen Ja Guck hier kann ich nämlich steuern Backflip Hier kann ich nach rechts, nach links Nach unten Lass mal an der Wand hochfahren Ist doch bestimmt geil Lass uns mal ausprobieren Oh guck mal das Get Alive Gebäude Hörst du auf die geile Musik? Oh fuck ja Hahaha Scheiße Ich falle, ich fliegst im Schritt Ja Ja da fliegst du, da fliegst du Aha du bist voll gegen die Mauer geklatscht Wie geil Alter Ich hab dich fliegen gesehen Kann man nicht Ja okay aber das nächste mal machen wir Oh warte Halt Ich bin Beifahrer Ich messer dich tot Mit der Pistole Oh fuck da vorne ist ne Wand So ein Noob Okay wir nehmen jetzt ein Auto Sagste Okay 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 Und fliegen wir ein bisschen länger also nicht so fünf Minuten Okay Aber wir müssen uns ein geiles Auto nehmen Okay Wenn wir damit fliegen Oh mein Gott Das geht so schief Hast du auch hier eine lang genug Wir mähen alles aus dem Weg Ach du heilige Bus Power Wir brauchen eine Rampe Stopp 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 wir brauchen eine Rampe Fahr irgendwo hin wo es eine Rampe gibt Da auch vorne ist ein Auto What Oh Wir brauchen wirklich eine Rampe dafür Das wie ich Kann ich nicht mehr das speed up Direkt auf eine taste legen Dass ich nicht immer den trainer aufladen Ich hab keine ahnung Jetzt hol dir eine Rampe Ja jetzt jetzt hier das speed up Ist war man Ne das ging nicht Schade dann wären wir ja da die Wand hochgefahren Da bin ich auch festgehalten Da bin ich auch festgehalten Ich brauche nur eine kleine Rampe Ah da folgt das hier könnte gut gehen Warte Und jetzt Ja Ah Ah hier perfekt Das ist doch eine gute Rampe Ja stimmt Wer die Polizei nicht hinter uns her Wuhuhu Yay Nein Ja Scheiß Hochhäuser Okay wir backen sicherlich nicht fest Das gefällt mir Nein nein ich mach immer speed up Das heißt wir hängen da Ja 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 Nein 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 Verdammt Jetzt 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 Ja Ja Geil Was Sicherlich irgendwie komisch Der fliegende Bus Leute der fliegende Bus Jetzt mach mal ein bisschen mehr speed up wir fallen Juhu Jetzt hab ich nämlich starke speed up drin Wuhu Backflip Bus Wuhu Alter Ja Ja Alter wie geil Wuhu Wuhu Okay Aussteigen Aussteigen Ich bin ausgestiegen Ich auch Scheiße Steig auch mal aus Ich auch Erstmal Eis kann sehen ruhig in der Tür die Luft Äh die äh in der Luft die Tür aufmacht Lalalaaaa Ich lebe noch Mit einem kleinen Stückchen neben Lebe ich noch Ist da gerade der Bus neben mir runter gefallen Okay Nein 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 ich flieg noch ich lande ich lande Bam Alter das Das kann ein Boot neben mir runter gefallen kann das sein Warte ich klau mir kurz das Boot dahinten Ich schwimm dahin Nein das bewegt sich Okay das müssen wir oben nochmal rum Ja Okay wir wir bringen uns jetzt erstmal um Kann man sich hier irgendwie tauchen Kann man nicht tauchen Oh das Boot Besitzer bleib stehen Oh ja sehr schön ich bin auf dem Boot drin Hallo Kann sie bitte aussteigen Wie sie eiskalt einfach mal ins Wasser springen Deine scheiße Wo bist du Ich habe ein Boot Ich fliege gerade zum Flughafen Nein komm mal her Bitte Und äh Okay ich versuche das mit einem Boot fliegen Okay Das ist doch Oder warte bring dich irgendwie um geht das Nee ich bin ja schon am Boot Bei dem Flughafen ist in der Nähe nicht so viel Wasser ne Ja dann bringt du dich doch auf Ja aber dann brauche ich ja nicht bei dir wenn du was bist Ich bin ziemlich nah am Land Also Ja gut dann komm an Land Dann geh an Land Ich fahre Ich fahre in der Nähe zum Land Wo bist du Wir haben schon 13,5 Ah ja ich bin ganz dabei Siehst du komm komm her steig ein Wir haben ja wieder Wir machen am besten immer Jetzt immer so 20 Minuten Ja Dann habt ihr auch ein bisschen länger Spaß Aber ich muss ja an Fahrersitz Ah ja Steck mal ins Boot ein Das habe ich mir mühsam gelungen Wie du da so geil hängst Sehr schön Unser Boot sinkt ab Kann ich meinen bei Fahrersitz Noll Bleib stehen Bleib stehen Ach jetzt ok Jetzt speed Speedboot Ja sehr schön Wir fliegen Oh oh Backflipboot Alter wie geil Fliege im Kopf Wir sind Pros Ach du Ach du scheiße Ach du heilige Warte und Wieder ins Wasser Das war ne geile Aktion Warte mal Nehmen wir mal den Strand als Schwanze Ok Boah Scheiße Alter Ihr könnt uns gar nichts Wir haben ein Boot Mit dem wir fliegen Versuch mal mit dem Boot auf dem Haus zu landen Lass mal versuchen Okay warte Nach Liberty City mit dem Boot zu fliegen Und dann da auf dem Haus Ich bin auf dem Haus Dafür müssen wir mal einen Screenshot machen Nein 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 Nein, nein Geil Noch gerettet Voll der Flieger Boot ich sehe es kannst du noch ein normales kass wieder habe ich so stark ist weiter kannst du es besser steuern wahrscheinlich die fliegt mal mit der spitze nach unten ins wasser volle kanne verdammt versuch es war das ist gleich so einfach so mit der spitze dass das bestimmt und jetzt 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 wieder schade nicht war nicht sogar drüber gestanzt ist auch gern jetzt und vor allem ist es mit der spitze volle kann mit richtig viel speed also so ein paar tausend millionen kam ja dass wir das richtig tief ein sinken kopfschaut jetzt ja sehr schön ok jetzt jetzt volle kanne nein autobahn wie kommt es dass wir am flughafen sind ich dachte am flughafen ist kein was stimmt da ist da eine ganze menge wasser so ach du scheiße nein jetzt like buggy in gta unser brot ist vorne leicht ramp und finde ich nicht wie das hier beigetreten sehr schön ok ok place die chatte ich ich hab sie gedrückt team check nicht verfügbar ja ich lese es gerade auch du kannst drück mal p da wird alles verschwommen er kommen wir laden mal im im park da drin in der rasse lasst du lass ihn mal mit hol ihm ab hol ihm ab mit dem boot fliegt zu ihm hin wir sitzen wir sind in dem park ja und er dich ich will wissen wie man chattet keine ahnung hier ist der team hat nicht verfügbar irgendwie ist entscheidend du hast du das kage fix ich habe so no grab kv not in car lol ich drücke, du bist gerade aus dem stück immer ich drücke du komm mal du bist gar nicht mehr bei dem auto loll komm mal komm mal her bring dich mal um ok ok place ok warte ich bring mich um so wohl sagt es neben der schutz ok place hey du schießt mich ab nicht nur weil ich ihn vorher abgeschossen hat hat er nicht das recht mich abzuschießen ja er macht auch ganz viel wir machen es cooler wir machen es ja hier kommen kommen in den ferrari hier wie schreibe ich ich weiß nicht wie wir chatten warte mal ich kann hier warte ach so mit mit punkt steige ich aus drück mal punkt wenn du im auto sitzt also bei mir da fliegt sehr voll raus aber ich sehe ich nicht mehr wo bist du lass mich ja ich bin grad vorweg geflogen richtig gerne no grab kv koma wie mache ich was ist grab fast run fast run minus raute ist glaube ich explode nearest car ja drück mal die ganze zeit raute ach du hast du ja aber ich kann ihn nicht aufrufen wenn ich ach jetzt geht's geil endlich ich hab wieder ich kann wieder schicken explodier ist k erst mal weapons und ja ich schiete uns jetzt im buch wenn ich in dem auto sitzt und punkt drückt da fliege ich voll raus das ist richtig geiler wo ist eigentlich auch nicht auf dem boden liegt dann sterbe ich direkt damit warum treffe ich den nicht ach fick dich wir sind ah fuck so option der wird irgendwie von seinem bodyguards gefahren der typ wat alter wie schnell muss man fast drückt mal minus und fast run an wie du erstmal richtig abgehst wie geil ist das denn minus ist fast run und dann renn mal ihr könnt mir gar nix ich fliege bei mir nicht fast run ich muss es meine welt machen du musst komm mal wo ist es noch mal hier weiter kommen wir nicht nicht kommen sondern minus minus genau ach und dieses sternchen des gott mode ok nehmen minus ist bei mir nicht fast run ach du meinst den strich du meinst du schaue ich nicht minus ist schlicht ja aber diesen bindestrich meinst du ja das ist ja auch das minus was denn für dich minus nein minus ist minus ist das nam ja da auch aber ja ja wir können uns jetzt streiten was minus ist schreibt sie in die kommentare was findet ihr ist märme also ich das auf dem namen blog ist natürlich mehr minus aber es ist auch minus wenn man da ist ich fliege gerade die komplette mit dem ding ich habe gerade ein auto damit umgerannt warte mal okay okay place wait 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 what 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 wir haben wir hier erstmal abschießt was denn nutte ja wenn wenn du es nicht friedlich willst junge wenn du es nicht friedlich willst sag nicht dass ich was anderes gesagt hätte jetzt gibt es erst mal auf die fresse so fast wir haben schon 21 minuten machen wir 25 minuten part ja nicht wir machen gleich noch wollen wir gleich noch eine folge ich habe jetzt den trainer und so naja also dann also bis zum nächsten mal tschüss